Hahaha, ja, ich hab ja das BMX am Start, Murkan. Ich wart schon auf dich, mein Freund. So. Na, wo bist du, hä, wo bist du? Ich bin runtergefallen, warte mal. Okay. Ey, du fährst echt schon durch, ne? Ich bin hier, oh mein Gott, ich bin hier auf so einem... Hä, warum fahr ich hier nicht die Lücken durch? Ich bin hier mit meinem BMX auf jeden Fall unterwegs und du bist ja... Ah, da bist du doch, mein Freund. Oh, okay. Hältst du, du bist das, hey? Oh mein Gott, Alter! Alter! Wow, ey, das kann doch nicht sein. Was? Okay, so ein Ding machst du, also merke ich mir, Murkan. Merke ich mir. Hier geht's um keinen Spaß. Tja, da hast du dich aber zu früh gefreut, Murkan. Jetzt hab ich nämlich hier die ganzen Autos am Start. Uiuiuiui. Aber ich bin undercover BMX-Profi, das wusstest du gar nicht, ne? Oha, du bist ja schon richtig am rumspeeden, sehe ich grad, ne? Na klar, hä? Okay, okay, komm mal her, Kollege. Komm mal her, ey! Ja, Alter, Alter! Okay, okay, ja, alles klar. Ach, guck mal, wie easy das hier ist. Ich seh' gerade, man kann ja auch einfach irgendwie, guck mal, ich kann hier irgendwie so'n Move machen. Looping fahren, ne? Looping. Ja, ja. Und dann bin ich hier wieder oben drauf. Was? Ah, da voll. Ey, ich komm hier grad nicht weiter. Ah, okay. Ja, ja. Pass auf, Kollege. Pass auf, ey! Oh mein Gott, bin ich kurz einfach nach hinten gefahren. Wie viel Glück du haben kannst, Alter, ohne Spaß. So, Abfahrt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, da hab ich gerade runtergefallen. Na, wo bist du? Ah, da vorne bist du also schon, ne? Ey, das ist irgendwie... Ja? Hm? Okay, warte. Ah, guck mal! Ja! Oh, Bro! Ja! Tja, das Ding ist, da hättest du mal rüberspringen müssen, ne? Hm, ich zeig dir jetzt mal, wie es geht. So, welche Farbe suche ich mir jetzt hier außer dem BMX? Grün, Blau... Ich glaub ich nehme das Rote. Hehehehe. Ich warte schon auf dich hier mit meinem Lamborghini. Ja, mach das mal. Ich hab jetzt hier... Ich pack jetzt meine heftigen BMX-Skills aus, ne? Ich bin nicht nur wahren, aber... Das könnte... Aber was kann ich hier drauf fahren? Was machst du jetzt? Okay, komm doch, los, komm doch, ja? Was mach ich jetzt, ne? Was? Ey, jetzt hier rüberspringen. Tja. Oh mein Gott. Tja, ne? Und jetzt kommen sie richtig höher. Du musst quasi runter... Alter, dass du einfach oben drauf bist, ne? Ja, dann hab ich gescheatet. Ohhhh... Okay. Ja, hab ich gescheatet. Er hat's auch gar nicht geschafft hier, Kollege. Ich dachte, der ist weiter. Guck mal, hier, ich mach ein bisschen Wheelie und so. Ein bisschen Skills, dies, das. Ja, ich komm jetzt auch wieder hoch. Ne, ich schaff... Oh Gott. Was? Ich schaff sie auf jeden Fall jetzt easy rüber. Also wenn du so schon runterfällst, ne, dann... Also dann... Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Ich bin jetzt hier direkt hinter so'n Zaun. Na, na, da kommt er noch. Hä? Hinter dem Zaun? Ja, ja, da kommt... Hier bin ich, los. Ja, da kann ich doch gar nichts machen. Doch, den kannst du kaputt machen. Da kann ich nichts machen. Doch, komm her. Los. Den Zaun kann ich kaputt machen? Ja, klar. Kann ich gar nicht. Haha, das ist der stärkste Zaun der Welt. Hä? Hä? So, und jetzt sind wir schon mal wieder ein weiter, Freunde. Auf ganz entspannt. So. Oh mein Gott, sind die Rampen cool. Lol, Alter. Du bist grad einfach... Hast du grad das eine Ding genommen? Ja? Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Oh! Okay, okay, kein Problem. Oh, warte mal. Ich muss jetzt hier ganz, ganz vorsichtig fahren. Ja, ich krieg dich jetzt. Vorsichtig rüber. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Da kommt er schon. Okay, ich muss jetzt hier ein bisschen schneller fahren. Jetzt dreht es schon dicht auf. Also, ich dreh mich nie richtig. So, jetzt bin ich dran. Ja, okay. Jetzt drehen wir auf. Mein Freund! Nein, nein, nein. Was passiert hier? Oh mein Gott, nein. Was macht mein Baby-Zier? Oh, da war grad kurz Buggy, okay. Oh, ich bin schon ein bisschen weiter gerade. Oh mein Gott, ich bin nicht zu weit. Oh mein Gott, vorsichtig. Vorsichtig, okay. So, okay, easy Strecke. Wo bist du? Oh nein, da bist du. Easy Strecke, sagst du? Easy Strecke. Du kommst niemals ans Ziel. Hä? Das war ein Bug. Du kommst nicht mehr hoch bei dem Auto. Warum lachst du da? Hä? Warum lachst du da? Und fährst nicht weiter? Nein, 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 nein. Und fährst nicht weiter. Hä, du lebst noch? Oh, oh, oh. Oh, oh. Du weißt jetzt, er prügelt mein Freund. Nein, 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 nein. Ich werde dich verprügelt. Okay. Hau ab. Hau ab. Niemals. Ey. Warte, ich weich aus, ich weich aus. Wie du weich aus. Verdammt ey. Okay. Ich mach dich gleich fertig, sag ich dir. Pink, grün, blau. Hm. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal den roten. Leute, den roten Lamborghini. Okay. Ich komm jetzt hier direkt mit. Also ich bin noch nicht draußen. Oh Gott. Der Frontflip. Schnell. Oh. Alter, wie schnell bist du? Hä? Sag ehrlich? Alter. Ich mach den WMX-Dreh. Du machst jetzt hier grad echt richtig krasse Moves. Okay, warte ich. Ich komm jetzt hier mit meinem richtig kranken Mobil jetzt hier einmal. So. Oh. Komm schon. Wo bist du? Bro. Da war etwas zum Balancien. Äh. Wo denn? Ja, ich bin ganz am Anfang davon der Rauchge. Du bist runtergefallen. Okay. Okay. Wo bist du? Okay. Hier. Ey. Nein. Okay. Wenn du es jetzt wieder raufschaffst, ne? Das wär zu crazy. Das wär. Oh. 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 Niemals. Ja. Nein. Ich wär raufgekommen. Nein. Nein. Du bist runtergefahren. Ich dachte, du bist oben liegen geblieben, Alter. Ja, Leute. Ich glaub, jetzt muss das weiße BMX dran glauben wir können. Und damit werde ich jetzt auf jeden Fall das vorne schaffen. Weil da vorne soll das irgendwas geheimes sein, ne? Ja. Oh. Das hast du grad. Warte. Du machst den Schiegelding, ne? Nein, nein. Ich wollte nicht. Ah, ja. So ein Ding. Oh. Achtung. So ein Ding also, ne? Fährst du schon? Ich bin hier schon mit meinem BMX jetzt gerade auf Volltouren unterwegs, ne? Oh nein. Wieso fährst du nicht weiter? Ja. Hahaha. Ausgedrückt, Sarinot. Oh Mann. Okay. Pass auf, Kollege. So. Achtung. Das ist echt krass hier oben, muss ich sagen. Wo bist du? Hey, wo bist du? Oh. Komm schon. Nein. Oh mein Gott, Bro. Also. Hihihi. Ach nein. Das kann doch nicht sein jetzt. Hä? Warte. Jetzt ist die Runde nicht beendet. Ja, ich bin gestorben. Du bist neben mir. Du bist neben mir. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Haha. Schnell. Weilung, Leute. Weilung. Ey, hau bloß ab. Ich bin jetzt hier auf dem Weg. Weißt du, eigentlich könnte ich dir die Chance geben, um hochzukommen. Weißt du? Aber eben gerade bin ich auch runtergefallen. Das ist hinter mir, ne? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich bin wieder runter. Das kann doch nicht sein jetzt. Hä? Wie? Sauer. Also ich fahr... Jetzt überfahre ich dich vom feinsten. Boah. Waaah. Warte. Ich zieh durch. Hau rein. Was? 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 Okay, warte. Waaah. Ja. Okay, du kriegst dich niemals. Du kriegst dich niemals. Ich krieg dich niemals. Jetzt hier. Wir sind viel. Oh mein Gott. Ist das Auto? Komm schon zum Bus. Ah. Ja. Ich wusste es. Ja. Ja. Nein. Ich wusste es. Nein. Ey. Also guck mal. Das glaubst du, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du nicht. Ey. Nein. Ich war so knapp davor. Dann schnapp ich mir jetzt mal hier den Orangen. Okay, da bist du schon irgendwo unterwegs gerade. Sicher, dass du einen Orangen haben und möchtest. Ja. Pass auf. Der Orangen hat. Ich weiß nicht. Den hab ich einen Platten gemacht. 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 Ja. Wow. Ey, ich seh dich jetzt hier. Der beste Zaun der Welt. Nein. Ey, dieser Zaun, der ist echt unglaublich. Ey, dieses, das hier. Wie schaffst du das? Na, vorsichtig jetzt hier. Nein. Wieso, was soll ich da nicht schaffen? Ah. Da bist du also. Das Ding, was du nicht wusstest. Ist das früher auch BMW? Ja. Nein. Alter. Hells off. Ja. Ich war früher BMWs, Ruben. Ey, du darfst nicht da vorne hinkommen. Ich glaub da vorne sind irgendwelche krassen Jets oder sowas, ne? Was? Ja. So, warte. Oh, bist du im Bus noch, hä? Der Busfahrt. Ich bin im Bus. Oh mein Gott, du bist runtergefallen, Bro. Oh mein Gott. Ah. Aha. Achtung. Wo bist du denn? Achtung. Hey, komm. Hey. Ja. Was? Ja, aber jetzt freu ich dich zu früh. Hey. Danke dir. Was? Nein. Nein, nein, nein. Niemals. Nein, nein, nein. Du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf. So, warte. Ja, ich bin down. Ich bin down. Ja, besser ist das auch, ne? Ja, aber ich werde jetzt gleich näher rankommen. Ah. Oh, Mökern. Jetzt wird es Zeit auf jeden Fall für das schwarze BMX, weil damit werde ich jetzt dich holen, ja? Glaub mal. Ist das nicht sogar Superkräfte? Das hat krasse Superkräfte, ja? Das ist so ein BMX, das kann... Ah, ich seh dich da, streckt schon, ne? Netter Versuch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall vom... Danke, dass ich jetzt hier easy schon mal den schwersten Anfang sogar jetzt hier meistern kann, ne? So, jetzt hier schon ein bisschen, hier ein bisschen BMX-Style zu machen. Nosegrinder oder was auch immer. Das Ding ist, der Anfang ist... Ja? Der Anfang ist auf jeden Fall, äh... Ist nicht das leichteste. Äh, nicht das schwerste. Guck mal hier, zack. Bisschen Tricks machen, die ist das... Bisschen Tricks machen, die ist das, Junge! Oh mein Gott! Wie du ausgewickelt bist mit dem Vorderrad nach oben. Ich hab dich so ausgenommen... Äh, äh... Ja, das Ding ist... Ausgenommen. Wie du verheiligst kannst. Cool. So. Ich komm wieder, mein Freund. Kann ich hier vielleicht irgendwie so einen Trick oder sowas machen? Ich überleg grad, ob ich hier einen Trick machen kann. Ah, ich seh dich grad... Du willst einen Trick machen? Ich komm jetzt hier grade... Nein, 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 nein... Oh mein Gott! Mann! Diese Zäune geht in GTA Online doch gar nicht kaputt, easy! Bist du runtergefallen? Ahhhh! Nein! Nein! Bro, aber wie ansagend ist, dass ich immer auch unten bin, wenn du runterfällst! Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Oh! So, du bist doch... Guck mal, du... Nein! Nee, das kann doch nicht sein jetzt! Ich hol dich jagen! Ich hol dich jagen! Du wirst mich nicht holen, du wirst dich nicht... Ich hol dich jagen! Ah, okay! Ich jag dich jetzt! Ja, ich seh dich, ich seh dich, kein Problem, Kollege! Kein Problem, Kollege! So, Achtung jetzt hier! Ja! Sag dir hoch! Sag und hab dich! Ich hab dich, mein Freund! Du hörst mich niemals! Ich hab dich, du fährst... Niemals! Du fährst links! Okay, ich muss hier vorne wieder rauf... Alter, du bist knapp am Ende, ne? Hier war... Nee, nee, ich darf da noch nicht rauf, ich bin ja runtergefallen hier... Also, ich hätte... Ey, das kann nicht sein! Das kann nicht sein, Bro! So, wo bist du? Wo bist du? Bitte, Bro! Mein Auto ist gleich kaputt, ne? Ja, du musstest vielleicht oben hin und ein neues holen! Das geht nicht, ich komm da gar nicht hin! Oh, das tut mir aber leid für dich, Kollege! So! Um die Ecke! So, jetzt hier schnell rauf! Auf ganz entspannt! Ja, auf entspannt! Ah! Ja! Oh, nee! Okay, okay, okay! So, ich bin endlich wieder drauf, Leute! Alles ist cool! Aber ich bin endlich wieder drauf! So, jetzt muss ich hier nur irgendwie rüber! Ja, Möckern! Ich will nichts sagen oder so, ne? Aber... Das sieht für dich jetzt langsam sehr, sehr schlecht aus! Ach, du bist jetzt beim Bus gleich, ne? Ich bin ja... Ich bin noch nicht beim Bus! Was machst du denn, wenn ich mich vorm Bus kenne? Ah, ja! Danke, Bro! Danke! Danke! Easy peasy, Leute! Okay, jetzt kann ich hier, glaube ich... So, wir meinten doch, wir warten auf den anderen, oder? Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Wo bist du? Nein! Ja! Hahaha! Was geht ab, Brox? Kasper! Du musst also mit deinem BMX bis ganz nach hinten und kriegst dann einfach 100 Euro! Ja, das habe ich auch heute gehört! Bin hier direkt schon gegen die Wand gefahren! Dafür sorgen doch direkt mal, dass du es nicht schaffst! Na, kommst du rüber, oder was? Alles gut! Ich brauche hier ein bisschen, ja? Das ist lange her, dass ich BMX gefahren bin, du! Okay, das Ding ist, ich habe halt auch noch Waffen, das heißt, ich kann schon Granaten auf dich werfen! Das schaffst du gar nicht, weil ich durchziehe! Oh mein Gott! Oh Gott! Warte! Okay, was ist hier? Warte, warte! Ich muss... Nein! Okay! Oh Gott, das war knapp! So, warte! Oh, ich ziehe voll durch! Oh nein! Oh Gott, nein! Nein! Bist du runtergefallen? Ja! Jawohl! Jawohl! Nicht schlecht, ey! Das Ding ist aber, die 100 Euro gehen an denen, der es zu R schafft, Kasper! Okay! Und du hast hier einen BMX-Profi am Start! Ich weiß! Und das ist nämlich auch das Problem! Deswegen lasse ich dir auch gar keine Chance! Ah! 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 Au rein! Ui! Ein paar BMXer, als wir machen! Hä, war ein geiles Auto! Was ist das für ein Auto? Ich kenn das gar nicht! Äh! Das ist so ein cooler Sportwagen! Wo bist du überhaupt? Also! Ich komm jetzt! Hör! 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 Hä, du ziehst ja schon voll durch! Ja, nochmal! Kurz ins Labyrinth durch hier, da warst du eben auch! Oh! Oh! Ha doch! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! 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 Hey! Jetzt hör auf! Oh mein Gott! Hey! Hör auf mit deinem Ring an hier! Haha! Ich glaub's doch nicht! So, jetzt komm ich! Na, da bist du gefangen und bist gerade! Ha! Ha! Okay! So! Hau rein! Hau rein! Ja! Oh! Ja! Ja! Wichtig! Wo ist mein Babyx? Hier! Nein! Oh! Nein! Haha! Nein, Fallschirm! Oh, Manu! Haha! Wichtig! Manu! Du schaffst das heute nicht so schnell, sag mal! Okay, Caspar! Für diese Runde darf ich jetzt nur Granaten benutzen, ne? Das heißt... Du sagst ein bisschen so challenging, okay! Ich muss jetzt gucken... Da ist sich ein bisschen Schmutter gefallen? Nein, ich sag grad... Ja! Ja! So, ich brauch nämlich mal ein bisschen Speed! Dann fang! Fang die Granate! Wie was für fang? Fang! Wie schmeißt du schon oder was? Bist du verrückt hier? Granaten hinzuschmeißen? Okay! Oh! 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 Hey! Oh Gott! Pass auf, warte! Verdammt, ey! Die Granaten werfen die Füße weit! Ah! Jetzt aber! Oh! Oh! Die Granate kommt! Nein! Nein! Oh Gott, ich bin nicht schnell genug! Ich komm dann glaube ich gar nicht hoch, ne? Okay, pass auf! Warte mal! Ich werfe jetzt schöne Granate in den Port rein! Du haust ab! Hey! Hau ab! So, jetzt liegt es hinter dir! Nein! 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 Dann fände ich mich direkt da drin! Nee, kommst du nicht mehr mit dem ersten Checkpoint! Na ne! Oh! Broxo! Wie wärs denn mit ein paar Gasgranaten? Ja, okay! Wär das was schönes? Dann probier ich mich noch mit Gasgranaten zu holen! Oder? Ich hole meine Menge aus! Nee, du hast schon genommen! Okay! Komm am besten nicht schischen voll durch! Nee! Weil das der Trick ist ja, dich nicht mit den Gasgranaten zu holen, Sondern mit dem Auto! Ja! Ja! Komm doch! Oh was! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Hä? Radel, Radel, Radel! Wo bist du? Radel, Radel! Du bist runtergefallen! Radel, Radel, Radel! Radel, Radel! Radel, Radel! Radel! Oh Gott, schnell weg! Schnell weg! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Oh mein Gott! Hey, du bist so gut mit dem EXO! Oh! Oh Gott! Ich bin fast auf dich gelassen! Oh! Oh! Oh nein! Jetzt ist die Zeit! So! Jetzt hab ich jetzt mal wieder schön ordnen! Und kann jetzt hier... Oh! Hast du schon wieder rauf geschafft? Backflip! Ja! Natürlich bin ich schon wieder drauf! So! Hier bisschen das Labyrinth stolzieren! Zack, zack, zack! Hier bisschen Tricks machen! Wooppa! Nein! Nein! Das kann nicht sein, dass du genau gerade runterdrehst! Deine Motorhaube, Alter! Oh mein Gott! Okay, pass auf! Ich positionier mich jetzt hier! So! Mhm! Mhm! Okay! Und jetzt hol ich meine Gasgranaten raus! Oh nein! Nein! Ich muss auch den Bus raus! Ich weiß ja die! Jetzt! Hier! Aha! Was ist? Aha! Ja, versuch doch mal da langzufahren! Ja, was ist? Was denn? Als wenn du dich schaffst! Aua! 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 Nein! Oh! So! Tja! Was ist jetzt los? Guck mal hier! Ich muss nur noch hier rüber! Raycan! 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 Hey! So! So wie zum Thema Gasgranate! Hier! Das hast du nicht gemacht! Ey nein! Nein! Ey! Ja! Oh mein Gott! Ich bin jetzt gerade so am durchziehen! Oh Gott! Oh! 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 Alles gut! Ah! Ja! Er brennt! Geh aus! Ja! Jawohl! Nein! Oh Gott! Ich bin ein Ghost Rider! Ja! Nein! Wie soll man da lang kommen? So! Kaspar! Bist du schon bereit? Ich sag wie es ist, ne? Ich platziere nie, wenn du so weiter wachst! Wow! Mein teures Fahrrad! Nein! Oh Mann! Jetzt komm schon! Ey! Ich hab dich hart endlich! So nicht mit mir! So nicht! Pass auf! Ich sag's jetzt! Ich mach's dir nicht einfach! Ich mach's dir nicht einfach! Ich mach's dir voll Katastrophen! Triggidi! Dibidi! 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 Hey, ich will durch dich durch. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Jetzt hör auf. Schnell weg. Schnell weg. Nein, nein. Aua. Aua, aua. Steh auf. Aua mit deiner Kammelpistole. Nein. So viel zum Thema. Du machst ein schnelles Ding da raus. Ey Mann, ich schaff diesen Sprung hier nicht. Was soll denn das hier? Hey, mein Billings hat mich gekillt. Ich wollte aufsteigen und dann hat es so auf einmal so aus nichts auf mich geschlagen. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ey, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh, schnell weg. Was kann ich sagen? Schnell weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so knapp. Nein, jetzt bleib stehen, Mann. Erstens muss ich hier wieder hin. Oh nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ah, ich bin nicht hingefallen. Oh Mann. Ja. Ey. Du Assi. Das war gegen die Spielregel. Oh. Oh mein Gott. Meine Mutter aufsteht wieder eins. Ey, jetzt komm schon. Wirklich, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ich weiß, ich versuch hier wirklich nicht. Selbst meine Mutter aufsteht besser als du. Oh. Oh. Ey. Ey Mann, ich bin da nicht mal rübergekommen. Was soll das? Nein. Nein. Ey. Ich mach die Weißel-Taktik. Was ist das denn? Nein. Stark. Oh mein Gott. Nein. Gar nicht. Nein. Nein, hör auf. Lass mich bitte noch einmal hoch. Lass mich bitte noch einmal hoch. Ich bin schon tot. Hör auf, du spielst doch mit mir, sag mal. Nein, jetzt hör doch auf. Ich bin gleich tot. Digga, ich mach gleich eine Mine an dich. Wenn du dich jetzt nicht... Ich lass die hochgehen. Ich lass die hochgehen. Lass mich auf mein BX steigen. Ey, nein. Okay, damit bin ich in Ordnung. Du bist so eine Sau, Digga. Sag mal, mein Leben hast du eigentlich. Jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt hättest du mich einmal da raufgehen, Lass. Jawohl. Oh mein Gott. Ich will nicht fliege. Als wenn du es schaffst. Als wenn du es schaffst. Okay. Okay. Pass auf. Oh nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, Lassau. Ab mit dem Ding, bitte. Ja. Ah, hör auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich es nur irgendwie holen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Das hast du mich fast getroffen. Nein. Nein. Das ist doch so schwer mit dem Ding. Nein. Nein. Es prallt, oder? Nein, tut es gar nicht. Es brennt nicht. Oh. Oh. Der Motorrad. Ich mach dir weg. Sag mal. Oh. Wie hält dein Auto aus? So, jetzt einen schönen Quickscope, oder was? Ich Quickscope dich. Nein. Oh. Du bist gar nicht hoch, Casper. Oh mein Gott. Jetzt wird es hier zum Death Run. Oh. Nein. Richtig. Oh. Du bist eine Hexe. Oh. Oh mein Gott. Oh. Hau ab jetzt. Lass mich das jetzt zu Ende spielen, hier. Oh Gott. Nein. Snakes, Snakes, Snakes. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, wohnen. Du hast doch verdient. Du hast doch verdient. Nicht schlecht. Ja, hier bitte. Ja. Rock so, Alter. Ey, aus dem Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du weißt doch gar nicht, wie man Rennrad fährt. Hau mal lieber. Du weißt auch nicht, wie man Rennrad fährt. Oh. Oh mein Gott. Oh. Ey, wir machen ein Battle gegeneinander, oder was? Ich sag dir, das ist hier Kopf-an-Kopf-Parcours heute. Oh mein Gott. Oh. Nein. Oh mein Gott. Aus dem Weg. Ach so. Oh, guck mal. Ich habe sogar Windschatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gönne mir hier mal den Windschatten. Nein, hau ab mit dem Windschatten. Nein, ich brauche den. Ich brauche den. Ja. Ich zieh vorbei. Ich zieh. Ah. 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 Nein. Ja, ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Alles gut, weil der geht's. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Nein. Oh mein Gott. Ach so, die Tür geht auf und zu. Oh. Hier geht's direkt, hier geht's direkt weiter. Hier geht's direkt weiter. Okay, okay. Äh? Nein. Soll ich wieder zurück? Ich weiß gar nicht. Stimmt. Wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, Broxso. Okay. Aber mit anderen Autos, oder? Mein Ding ist voll langsam. Alter, mein Ding ist voll schnell, du solltest dir mal lieber einen Windsch... Oh nein. Ah. Warte mal. Hä? Aus dem Weg. Was? Hä? Was? Als wenn du noch langgepisst bist. Ja, normal. Hä? Ich wollte da ein bisschen chillen und entspannen und dachte, du kommst da nicht lang. Oh. Ich sag dir, das wird... Mit jedem Auto wird es jedes Mal wieder schwieriger, ne? Oh. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Aber das war eine ganz schön knappe Kiste hier, muss ich sagen. Oh mein Gott. Das war ich knapp, ne? Ja. Aber ich bin direkt hinter dir. Aha. Ja. Du denkst halt, du holst mich noch auf, oder was? Ich werde dich sowas von einholen. Machst du da gerade. Ah. Aha. Nein. Ja. Und jetzt zieh aus nochmal lang. Nein. Ach, der ist zurückgesetzt, der Parcours hier, oder was? Mit den Kästen. Ah. Ja, der ist zurückgesetzt. Oh, ich bin da voll gegengecrashed, leider. Schnell drehen. Okay, okay. Oh mein Gott. Das ist aber richtig wild. Oh mein Gott. Oh. Alter, da musst du ja sagen, dass du nicht zu schnell bist. Oh. Komm ab. Nein. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich kann die ganze Zeit durchziehen. Stimmt, ja. Ich seh dich grad da. Was willst du machen? Ich komme, Kaspar. Ja. Oh. 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 Der ist mega schnell. Oh mein Gott. Der ist mega schnell. Das ist ein Auto, das kenn ich gar nicht. Oh. Ja. Das kenn ich gar nicht. Oh nein. 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 Oh mein Gott, du warst doch unsichtbar. Nein. Nein. Deswegen konntest du nichts machen. Lol. Hey. Du bist meiner so hässlich und verrostet. Haha. Meiner ist einfach verrostet. Ah. Oh. Das war geplant. War natürlich geplant jetzt hier. Oh. Schnell durch, schnell durch. Jetzt kann man die Bälle mit dem Ding natürlich besser mitnehmen. Ich brauch deinen Windschatten. Hau ab. Hau du ab. Den kriegst du nicht. Ja. Oh, da vorne bist du. Nein, du hast ein bisschen Vorsprung. Ja. Oh nein. Das hast du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha, eine Limousine. Oh mein Gott. Ich hab so einen Speed hier. Oh mein Gott. Los, weiter geht's. Okay, okay. Aus dem Weg jetzt. Platz da vorne. Hey. Oh. 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 Gibst mir ja voll viel Speed. Oh nein, du kriegst den Windschatten, ne? Nein, hör auf die Windschatten zu gönnen. Ja. Ich braue ihn. Hör auf damit. Oh mein Gott, ich bin viel schneller als du. Oh mein Gott. Hä? Ah. Sag doch nicht, sag doch nicht so viel. Nein. Verdammt. Digga, jetzt muss ich wieder hinten anfangen. Ja. Was soll das denn, ey? Sag mal. Ja. Hier in der Halle gespawnt, ey. Verdammt. Sehr gut. Ich komm dir jetzt entgegen mit so einem Rampenauto. Oh mein Gott, nein. Ja. Ich muss hier nur richtig kalkulieren. Damit komm ich dir jetzt entgegen, Kaspar. Ich muss hier nur richtig kalkulieren. Ich wünsche ganz viel Erfolg auf jeden Fall auf deinem Weg. Ich muss hier nur richtig... Oh mein Gott, ich bin runter. So schlecht. Oh mein Gott, was? Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, was? Wie kann man da runterfallen? Digga, ich bin da gegen die Wand zu schnell gebrettert. Wie kann man da runterfallen? Das passiert ab und zu. Nein! Mann, Digga, wie stark ist das Ding denn? Das ist mega stark. Hey Digga, jetzt chill mal. Du bist schon voll weiter als ich. Digga, jetzt hör auf mal hier die neuen Fahrzeuge zu holen. Was soll das denn? Sag mal. Ja, ich... Das sieht der hier schon voll durch. Hey. Es ist wirklich unsportliches Verhalten. Nein, nein. Digga, doch. Nein. Ich würde auch chillen, wenn du mal runtergefallen bist. Alter. Jetzt. Ey. Ich kann damit nicht runterfallen, ne? Naja, das scheint nicht. Oh. Mann, die ist auch so langsam wie... Oh, oh, oh. Oh, Alter. Ich ziehe jetzt hier jetzt ein bisschen durch. Ich muss jetzt zwei Auffahrzeuge das mal aufholen. Die Limousine ist halt echt mega langsam, ne? Oh Gott. Ey. Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh. Alter, ich bin da fast runtergefallen. Das ist der Motorrad. Oh mein Gott. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Nein! Nein! Ich hab so'n Opel Corsa. Nein. Sag das echt? Ja. So ne Ramschkarre sagste. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt existiert. Und Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Oh, oh mein Gott. Ich hab ein Polizeimotorrad. Ich hab ein motorcycle. Bleiben Sie stehen. Auf jeden. Auf jeden. Wee wee showers. Nein! Nein! Oh, was! Oh mein Gott. Es war so knapp. Es war so knapp. Wie kann man so viel Glück haben? Oh mein Gott. Ich bin einfach fast runtergefallen. Hast du meinen Opel Corsa gemessen? Ja, hab ich gesehen. атель sah auch ziemlich krass. Muss ich sagen, der fährt sich auch ganz schön ziemlich krass. Oh Gott, nur so, sehr gut. Oha. Viel Spaß jetzt an mir vorbeizukommen. Wie sowas hast du für ein Auto? Aua. Den Insurgent. Oh nein, verdammt. Alter, jetzt habe ich hier den Corsa, sag mal. Ich habe jetzt den Insurgent, ne? So eine kleine Crew-Skugel. Ach, der Insurgent? Oh Gott. Den kennst du doch noch. Ja, ja, der gepanzerte, Alter. Ich sage dir, damit ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Nee. Oh Gott, das fettet. Oh nein. Ja. Alles gut. Ich zieh durch. Hau ab. Nein. Ey, Digga, mach jetzt keine Faxen. Ich verstehe da gar keinen Spaß. Oh. Ja. Digga, du wärmer komplett runtergeboostet, damit. Wie du weggeflogen bist. Das sah so gut aus. Alter, mit dir eine kleine Klutschkugel. Mann. Oh nein, oh mein Gott. Oh, wie du einfach runterfliegst. Mann, ich wollte da lang. Ey, und du holst dir da schon das neue Fahrzeug. So einen bögen Krankenwagen holst du dir eh schneller als mein Corsa. Digga, was soll denn das? Sag mal. Erstmal rechts jetzt dran vorbei. Nächster. Tipp-Vorfahrt. Ich hol mir erstmal den Windschatten hier. Oh mein Gott, der Windschatten büßt mich ja anders. Vergiss es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Da kam er nicht drauf klar und fährt voll gegen diese Wand fliegen. Ich hoffe, du hast gleich eine richtige Gammelkarre. Ich hoffe nicht, ne? Ich hoffe doch. Ich hoffe nicht. Nein, wehe, Digga. Wehe! Oh mein Gott. Alter, Junge. Oh mein Gott. 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 Alter, wie ich da so geblinkert bin. Bin Serge da am Start. Okay, du hast schon das Rampenauto. Rüber über die... Ja! Richtig! Nein! Oh mein Gott, was? Und ich zieh durch. Ey, er fährt einfach über mich rüber. Aber warum hab ich denn schon wieder das Rampenauto? Ist halt die Frage. Ja, weil du mich damit runterkicken sollst wahrscheinlich. Ja, ja. Oh mein Gott. Bin hinter dir, Kasper. Ja, ja, ja. Versuch mal mit dem Rampenauto gleich über diese Lücke rüber zu kommen. Das schaffst du nicht. Das schaffe ich. Nein, Manu! Ey! Auch noch durch mich durch. Unglaublich. Auch noch durch mich durch. Was hab ich denn jetzt im Fahrzeug? Ach, nö. Was hast du? Das Golfauto. Ja! Da hab ich ein bisschen Zeit jetzt hier. Und ich hab das Rampenauto. Nein! Ja, aber damit wirst du jetzt auf jeden Fall nicht ankommen. Nein, ich muss das Vollstück geben. Damit wirst du jetzt auf jeden Fall nicht ankommen. Oh Gott. Was ist los? Ich bin gerade fest mit dem Golfauto. Jetzt hab ich die Geschwindigkeit leider verloren. Ah ja, okay, okay. Nein! Bitte nicht. Ich brauch das Rampenauto. Ich hole es und dann hole ich dich. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich muss das Vollstück geben, Leute. So, schnell hier. Oh mein Gott. Oh nein. Alles easy? Oh Gott, er hat das Rampenauto. Rax! Kost, go! Wow! Ey, Alter, ich hab vorhin den Stunt gemacht. Ich kann direkt weiterfahren. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hab einen Backflip gemacht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hab... Holst du dir dann schon das neue Fahrzeug oder was? Schon wieder eine Limousine. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Okay. Oh yeah. Die Limo Power. Ja, 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 ja. Okay. Die Limo Power. Versuch mal deine Limo Power, wenn du denkst du bist damit so gut. Mach ich doch jetzt auch. Ich seh dich sogar schon. Nein, ich bin hier extra gedreht. Hey, Digga, ich bin extra gedreht. Oder zieht hier vorbei. Ach komm, ey. Langleilig. Du Langleiler. Du hast nur eine Sache vergessen. Dass du mein Auto schneller ist als deins. Alter, mein Limo Power hinten richtig zerdrückt. Das sieht richtig komisch aus. Nein, der beschleunigt so langsam. Oh mein Gott. Ja. Ich will dich nochmal kriegen. Ah. Ah. Oh mein Gott, was? Wie du runterfällst. Oh mein Gott, was? Ich hab jetzt hier wieder diesen Rampen. Rampen-Truck. Oder sowas. Aha. Mal gucken, wer wen das wegkickt. Digga, ich muss jetzt als Ziel fahren, Digga. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht mich hier nicht weisen. Ich werd dich so wegkicken, ne? Aha. Oh! Weg mit dir! Nein! Ja! Ey! Aber du wohnst ja gar keine Chance. Ich bin da nicht durchgezogen. Ich dachte, ich kann damit irgendwas cooles machen oder sowas. Aber nein. Digga, gar nicht. Ich mein Rampen-Auto. Alter, willst du noch machen oder was? Ach, ab jetzt. Alter! Nein! Oh mein Gott. Ich dachte schon nicht mehr, noch Mario da. Oh Gott, das war knapp. Nein, ich falle. Ich falle. Ja? Ja? Ja, so ist gut. Oh nein. Oh nein. Ja! Verlauf mich! Ja! Ich bin ein kleines, braves Auto. Wow! Oh mein Gott. Hä? Mein Auto hat die Farbe gewechselt. Ich seh's auch gerade. Hä? Oh mein Auto ist einfach hier in Schatz. Hä? Hä? Wieso ist das jetzt eine andere Farbe? Ich hab's auch gerade gesehen. Hör auf hier! Digga! Oho. 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 Das Auto ist jetzt komplett broke. So, jetzt aber. Oho. Wie geil. Nein. Oho. Nein. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Du bist nicht so schnell gewesen da drauf gerade. Hm. Ich bin direkt hinter dir, Kaspar. Oho. Ha! Das war... Hey, nein! Ich bin auch runtergefallen. Warum? Mann! Digga, jetzt hau mal ab. Jetzt lass mich hier ein... Ja. Nein! Ja! Lass mich jetzt einmal hier vorbeifahren. Okay, Kaspar. Ich komme. Ich glaube, jetzt kriegst du mich nicht mehr. Ich glaube, jetzt kriegst du mich nicht mehr. Okay. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Ich glaube, du kriegst mich nicht mehr. Wenn du das sagst. Oh mein Gott, bitte nicht. Wenn du das sagst, Kaspar. Oh nein, das war... Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ja! Nein! Du bist noch nicht lang gekommen. Nein! Aber es war so knapp. Es war so knapp. Nein, 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 nein. Und ich habe ein neues Fahrzeug. Oh mein Gott, ich habe auch ein neues Fahrzeug. Was soll das denn sein? Ich habe auch die Limo am Start. Ich habe das Fahrrad. Ja, da brauchst du richtig lange mit. Nein, aber da vorne ist das Ziel. Ha! Nein! Es hilft da das Ziel. Ich bin jetzt ins Ziel. mit meinem Fahrrad. Auf der anderen Seite oder wo ist das Ziel? Ja, genau. Ach, Digga. Jawohl! Digga, du fährst auch hier einfach mit. Aber jetzt bist du vor mir, Digga. Und dir ist klar, dass mein Auto schneller ist als dein Fahrrad, ne? Ja, genau. Das ist dir natürlich. Das ist dir wohl auch nicht klar. Ist richtig, ne? Wie du willst, Digga. Oh Gott. Ich meine es nur nett mit dir. Nein! Ich meine es nur nett mit dir. Ja, ich meine es nur nett mit dir. Oh mein Gott! Oh mein Gott, so ein Glück kann keiner haben. Ja! So ein Glück kann keiner haben. Und im Ziel gewonnen. Digga, das kannst du dir doch nicht ausdenken, dass ich nochmal da, ein Millimeter vor dir, nochmal gegen diese Plattform fahre. Also Digga, ich habe noch keinen erlebt, der so viel Glück vor. Also, ich bin grad wie du. Das war das von dem Video gewesen sein. Ich würde dir jetzt gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt auf jeden Fall die beiden Videos aus und haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!